und das ist ein guter ja aber das ist Hallöchel und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal ich bin Soja Nox und ja das hier ist ein spontanes Video gebannt und zwar habe ich mit dem Raphael die Krise geht raus an dich Bruder ganz auf entspannt ein bisschen bezockt und wir haben ein paar Blockseps probiert also wir haben Blockseps geübt und die Runde liefern nicht ganz gut und ich dachte mir ja warum nimmt sich auf und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video sorry dass das Video mal wieder so spät kommt aber ich hatte viel zu tun und am Design bin ich gerade also ich lerne mich gerade etwas in Cinema 4D ein und jo es ist alles ein bisschen schwierig aber ich glaube weil man sich einfach rein gefuchst hat es ist absolut leicht und ja Leute nennt es mir nicht so böse dass die Videos immer etwas später am Abend kommen ich mache mal einen fixen Uplo-Plan und ja Leute lasst mir ein Abo da ich will nur noch 3 oder 4 oder 2 ich weiß es gerade nicht außer wenn ich dann haben wir die 70 wäre ganz geil wenn wir die knappen würden und ja ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video ich bin raus euer Nox xD 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020